Es funktioniert ja, aber dann ein paar Tage später geht es halt nicht mehr und komm ich den komplett neu machen. Lassen Sie was? Über mir noch. Dann. Haben Sie den geschossen mit einer Granade? Ja. Heliport? Nein, weggerannt. So, ich gehe jetzt runter. Ich nicht. Es muss alles eingesammelt werden. Chemical ist einer da. Dann. Hier sind zwei bei mir unten unter dir. Ja. Bist du hier? Komm runter. Ein Halbsternder ist direkt hier auch. Ganz unten. Ja. Dort gepinkt. Das Level. Die Höhe. Links. Ja, hat mich. Haben. Gut, Teamweb. Gut. Sechs schon mitnehmen? Ja. Oh ne. Eine lila Arma. Wir haben auch genug. Ich glaube, müsste ja meins eigentlich reichen. Meins auch noch mitnehmen. Hier liegt auch noch was. Ach, ich habe noch einen dicken Sack gefunden. Ich habe einen Juba auf. Ja, ich habe eins einstecken. Können wir dann deins anmachen? Und meins dann als Backup. Erstmal holen oder was? Ja. Warte, warte. Ich muss mal kurz was suchen hier. Gibt es denn hier noch so? Alter. Na gut. Ich mache mal an. Erdgeschoss mal an. Okay. Keller? Ne. Die sind hier. Rechts gelogen. Da läuft er. Der ist ja von wo? Von dem Shuttle. Erinner ist noch. Kleine Hütte. Kann ich nur was übrig lassen? Kleine Hütte. Hier oben, ja. Nein, nicht mal. Hä? Ich habe vorhin aufgehört mit Reanimieren hier. Ich habe vorhin aufgehört mit Reanimieren hier. Ich habe noch keinen Selfie mehr. Ich hoffe der holt mich jetzt nicht selber. Uuaaaaaaah. Danke. Oh. Ich hatte vorhin extra vorher aufgehört. Ich habe dich auch eigentlich extra getippt. Ich habe nichts tippen sehen und es hat scheinbar auch nicht funktioniert. Ich habe auch viel eher aufgehört. Die sind Bäder hinter der Mauer. Oh. Ich habe... Jetzt nicht mehr. Ne. Warte mal. Ich schmeiß mal was oben rein. UuaV is out of fuel. Returning for resupply. Hände da. Tod. Tod. Danke, glaube ich. So ging der. Nice. Die waren so verwirrt. Die waren so verwirrt. Von meiner... Von meiner Molly, oder? Von der Molly. Da vorne laufen sie auf der Straße. Also ich brauche gar keine Waffen mehr mitnehmen. Warum nicht? Weil du sie schießt. Ich weiß nie, wie ich dazu komme. Liegt. Ich gucke ich schon zu uns. Ja. Nimm das mal. Nimm das mal und mach es an. Broke. Jetzt, bitte. Ja. Ich habe ein Klasse auf dich geworben. Ah, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Und? Und? Sind es wer? Ach ne, ich esse jetzt. Ich bin Moni. Ich bin hier noch einer. Ist der andere down? Ja, der andere war tot. Das ist ein anderes Team. Okay. Verrückt. Das war dann von dem Team. Ein Floater. Der ist genau bei mir. Huch. Nein. Floater weg. Hier unten gibt es dann alles. Hm, ich weiß. Läuft ein Treppenhaus. Ich bin da ein ganzes Stück hinter dir. Ja, ich warte ja ganz entspannt. Du bist ja, wo bist denn du unten? Unten im Keller. Ja, der ist im Keller. Ja. Guck, der ist ja jetzt mal anbefallen. Hier wieder ein Ping über dir. Also Floater-Fanel. Also Floater-Fanel. Soll ich mal hier rangehen, oder was? Ja. Ja, kannst du. Ja. Wir haben mal Salve geholt. Nein, 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 nein. Wieder ein Floater schon? Jetzt bin ich bei dir. Er fliegt rüber Church, würde ich sagen. Jetzt haben wir keinen UF mehr. Achso, ich geh nochmal in den gelben Bay, dann. Okay, jetzt können wir hochgehen, Richtung rote Punkte. Im Klüster hab ich noch einstrengend gemacht. Ich geh erstmal Church. Ui, das war laut. Mhm. Schießen wir bestimmt da in den Ropes. Einer Armor broke am Fenster. Komm jetzt rüber. Einer ist hier. Geh den Scheiß an. Oben drauf, oben drauf. Oh, oh, ich bin broke. Ich muss weg. Oh, oh, oh. Der Ant ist auch schon hier unten an der Station. Also hier drüben an der Station. Ich muss aber oben. Waffenstation. Ja. Ja, ich sehe die Steps. Pass auf. Er ist hier oben drin. Draußen. Ja. Ja. Ja und, hold Team Vibe. Letztes Team. Du musst bladen. Ja, ich brauch Platten vor allen Dingen. Die waren ja hier drüben unten. Hat der noch was? Ja. Alle? Naja, ich nehme mal die Hälfte. Steck mal den Rest wieder ein. Ich bin da eh tot, bevor ich mich bläden kann. Scheiß, Jammer. Der muss dort drüben liegen. Wo die gerade waren. Er ist tot. Er ist weg. Jo, you off. Äh, okay. Die sind Prisonhof. Okay, lass mal Prison hoch gehen. Wo sind die denn? Hä? Die kommen jetzt hier außen lang. Die gehen vielleicht zum Hochzieherding? Nee, die sind unten. Die kommen unten. Die sind unten drin. Wo bist du? Okay, du bist hier. Ich bin hier an der Tür. Die kommen jetzt ins Treppenhaus bestimmt. Du kannst ja mal wild rumballern, dann kann ich so von hinten. Sind schon da. Ah, shit. Ballermacher. Einer ist da an. Okay, nice. Ja, noch hab ich. Hast du gut? Ja. Gut.